Besondere Voraussetzungen braucht, um darauf zu fahren. Welche ich das sind, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall diese Baureihe 641. Wenn man das sieht, wird man manchmal denken, oh Gott, was ist das denn im Zug? Der sieht ein bisschen seltsam aus. Er wird nämlich Walross genannt. Ich habe vor kurzem auch beim Leben in Tommy gesehen. Da hat er als Miniaturstück auf seiner Modelleisenbahn. Da habe ich auch nochmal gedacht, oh Gott, das ist dieser Walross. Auf jeden Fall. Aber das komische war, mir kam der Zug bekannt vor, als ob ich schon mal unbewusst mit dem Zug schon mal erfahren bin. Der kam mir nämlich sehr bekannt vor, weil es da so 3er-Sitze gab. Deswegen kam mir sehr bekannt vor. So, hier ist auf jeden Fall der Grenzübergang zwischen Ungarn und der Slowakei. Ich möchte gerne mal probeln. Dazu musste ich auch auf die Taste nach links drücken, nämlich auf die 11M-Taste. Das ist nicht so vorteilhaft. Weil wie gesagt, ich steuere mit WSD und auf die Fallen nach rechts bzw. links Taste habe ich die Blinker gesetzt. Ich habe das halt ein bisschen angepasst für mich. Und hier müssen wir auch schon raus. Wien, Linz. Genau. Auf die A4. Dann werden wir das auch mal tun. Ja. Auf jeden Fall in meinem Zug, da fühlt man sich wirklich wie so ein Walross. Ja. Obwohl, dann würde ich lieber vom Zug Walross gefressen werden, als nicht wirklich vom Walross. Das wäre nicht so toll. Ich schmecke eh nicht. Das ist ja dann immer die Ausrede, sage ich mal. bad über den langen Fließen. Und das ist sehr lang ein Fliegen. Auch hier herrscht Trägerverkehr. So, wir gehen mal rüber. So, die Form ordnet sich aber langsam mal rüber ein. Die ist auch wieder... Okay, der sitzt auch gerade zum holen an. Und dann sind wir jetzt auch schon in einem Grenzübergang zwischen der Slowakei und Österreich. Ja, und damit auch besondere Gruße auch heute an die lieben österreichischen Zuschauer. Falls es da welche gibt, auch ihr seid herzlich willkommen natürlich. Sowieso auch alle anderen, auch aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus anderen Ländern, wo man der deutschen Sprache vielleicht wichtig ist. Natürlich sind natürlich auch Leute willkommen, die nicht in deutschen Sprachen wichtig sind und die werden mich jetzt nicht verstehen können. So, wir müssen da vorne auf jeden Fall gleich wieder raus auf eine andere Autobahn, so wie sie aussieht, oder? Wien-Linz. Ja genau, wieder auf eine andere Autobahn. Jetzt von einer Autobahn auf die nächste. Was auch besser als von Landstraße zu Landstraße, wie gesagt. Die GRS da vorne. Ja genau. Was haben die wieder vor. Ja, aber hier merkt man auch schon, hier kommen halt dann wieder deutlich besser wieder voran. Dann wird hier gleich mal wieder zu überholen angesetzt. Um den Volvo zu überholen. Ja, schöne Volvo mal wieder. Immerhin besser als Volvo, das ist ja ganz klar. Da vorne ist Scania. Scania erkennt man ja immer so schön an diesem runden Führerhaus. Ja genau. So, und jetzt geht's wieder ab. Postiert. Aber, oh, blitzer, blitzer, blitzer. 90. Ok, wir sind noch 90. Oh, Autobahn Ende. Krall aus, geht's nach Wien. Und wir müssen... ...nach links. Geht's auf jeden Fall Richtung viele Autobahnen. Das hört sich schon mal gut an. Entschuldigung, ich glaub wir haben neben die Vorfahrt genommen. Weil Rechtsabbieger haben hier Vorrang. Äh, ja, sorry. War keine Absicht. So, was haben wir hier? Da geht's ja hinfliegen. Da geht's Richtung Autobahnen. Auf einmal Richtung Autobahnen. Da ist Wien. Also, rechts. Und wir sehen jetzt Graz, Klagenfurt, Willach. Der Wörtersee. Ja, der Wörtersee. Graz. Es gab ja, glaub ich, auch früher eine... ...ne Fernsehsendung am Wörtersee. Und lief auf, ähm, Hartz IV TV. Also auf dem Sender, der für Hartz IV TV steht. Wer möge es glauben. Ja, damals hatte der Sender noch ein N gehabt. Na gut, damals hatte der Sender zwar auch noch kein N gehabt. Aber er hatte zumal ein Niveau gehabt. Der Sender. Der mittlerweile kein Niveau hat. Das N in N steht für Niveau. Ja. Ja. Wie das Faust auf das Auge trifft die Sprichworte. Ich fand auch sehr interessant. Ein, äh, Professor hat vor... ...diese Woche ein Sprichwort... ...ein Sprichwort... ...wenn er ein Sprichwort gesagt... ...was ich noch nicht kennen. Und zwar... ...der Haas im Pfeffer. Das hab ich noch nie gehört. Ähm, die Redensart aus Sprichwort... ...der Haas im Pfeffer. Das hab ich wirklich noch nie gehört. Also das, ähm... ...ich weiß auch nicht wozu man... ...das genau sagt. So auf jeden Fall, äh... Vorsicht. So. Was haben wir hier? Einmal Luke Oil. Also ähm... Unsere Fetischfirma in München. Oh ja, jetzt holt der Luke Oil LKW natürlich schneller... ...weil ich jetzt hier abbremsen musste... ...in meiner Kurve. So, aber jetzt geht's weiter... ...und ja, diese Autobahn... ...die wirst du uns dann runterführen. Marburg Cards. Also ich konnte mir immer noch nicht drauf klar... ...dass es in Österreich ein Marburg gibt. Genau, weil... ...in Hessen gibt es auch eine Stadt... ...die heißt Marburg. Ich weiß, die ist nur nicht mehr so weit entfernt von Kassel. Ich kenn sogar jemand, der da studiert. Ist auch eine bekannte Universitätsstadt... ...die leeks gelegen aber von Kassel aus... ...und die in Hessen liegt vor allen Dingen... ...weil normalerweise wäre es Göttingen. Aber wie gesagt, Göttingen liegt ja nicht in Hessen... ...das liegt ja schon in Niedersachsen. Ist aber auch eine schöne Stadt. Und die haben übrigens, äh... Kentucky Fried Chicken... ...was Kassel üben in die Stadt, warum auch immer. Es wäre sehr lobenswert, wenn es da mal eine... ...geben würde. Ich hatte dazu auch mal nachgefragt in Göttingen, ähm... ...ob da irgendwas geplant sind... ...da haben die nur sagen... ...ja, ein Kruxhagen... ...ja, ein Kruxhagen... ...bringt mir auch herzlich wenig... ...etwas. So, jetzt haben wir hier noch Steiermark, oder? Ja, genau, die Steiermark. Das Gute ist, dass ich mich relativ gut in Geografie auskenne... ...als man da hat... ...passt das ja auch hier alles... ...ja, Geografie, das Fachgebiet... ...und wenn es um Wissensfragen geht... ...wo sehr viele sagen... ...gottes Namen, alles... ...nur bitte keine Geografie... ...aber ich sag ruhig her damit... ...na gut, es gibt zwar auch Sachen, wo ich sagen würde... ...na gut, das weiß ich auch wieder nicht... ...aber... ...trotzdem, Geografie macht Spaß... ...und mir hat es früher immer sehr viel Spaß gemacht... ...so in der Förderstufe... ...damals ist es ja in der Förderstufe... ...die fünfte, sechste Klasse... ...und... ...ja, da hat es mir schon immer sehr viel Spaß gemacht... ...der Erdbeerunterricht, wenn man da... ...so... ...im Adlers rumgeblättert hat... ...man sollte steht so... ...äh... ...mein Lehrerin hat es schon... ...zwar ja immer voll aus dem Häus... ...also hat es so... ...gelacht, weil ich immer der Schnellste war... ...ja, aber da hat man so... ...so gemerkt, dass ich halt so... ...äh... ...mit Abstand aus der Klasse... ...der meist... ...so der Erdkönne-Fan war... ...und... ...ja, es ist ja nichts Schlimmes daran... ...ja, warum soll man sich dafür nicht interessieren... ...es ist ja nichts Schlimmes dabei... ...wo man sagen muss... ...also der hatte wohl... ...nen totalen Schaden... ...ne... ...warum nicht... ...das eines, was ich gefunden habe... ...der so einen Schaden findet... ...ich hatte jetzt vor kurzem... ...wie gesagt Kanu gehabt... ...es war nicht so toll... ...ich bin da nicht so wirklich... ...ja, man hat mir ein falsches Boot gegeben... ...man hat mir statt von 1 in 2 gegeben... ...man hat mich da hinten gesetzt... ...vorhin war niemand... ...ja, was passierte... ...ich wäre fast gekennert... ...und habe ich gesagt... ...weil auch noch... ...die Fulda sehr kalt war... ...zu dem Zeitpunkt... ...ich hatte zwar so einen Surfershirt an... ...aber das war mir da zu kalt... ...ich hatte keine Lust... ...ehm... ...ehm... ...ein unfreiliges Bad da zu nehmen... ...vor allem was dann... ...von mir selbst produziert ist... ...weil wegen meinem Gewicht... ...natürlich durch war es auch... ...weil ich bin auch... ...wie gesagt... ...der Dünste... ...ich bin zwar jetzt auch nicht... ...irgendwie... ...total... ...dick oder so... ...nein bisschen geüblicht habe ich das... ...klar... ...das gebe ich auch zu... ...aber ich bin jetzt auch nicht... ...irgendwie... ...ehm... ...wie nennt man das... ...fettleibig... ...or wie nennt man das... ...ne... ...das war ich früher mal... ...aber jetzt... ...nicht mehr rum... ...undes Gutes... ...ich bin 1,90m groß... ...als von da ab... ...da passt das auch gut zu sagen... ...hab man ordentlich... ...äh... ...bewegungsspielraum... ...als wäre ich da... ...hundert wie viel denn... ...ist das ja voll... ...in Ordnung... ...und dann lieber ein paar Kilos zu viel... ...als... ...ähh... ...als so ein Skelett... ...das... ...muss ich nicht sein... ...das ist auch widerlich... ...so... ...da geht's auch wieder auf... ...na Marburg aus... ...Slowenien... ...oh... ...liebt das alles an... ...Slowenien... ...die Stadt... ...gar nicht in Österreich... ...entschuldigung... ...lieber Österreicher... ...oh... ...ähh... ...Slowen... ...entschuldigung... ...muss du mir hier... ...mhm... ...so... ...A2 sind wir hier... ...mhm... ...ja... ...wir kommen gut voran hier... ...das ist zumindest so mein Eindruck... ...das Bett ist auch nur momentan... ...halb... ...blau... ...also ist da auch nur alles... ...im blühen Bereich... ...jetzt aber Achtung... ...wom LKW zurückkommt... ...grad wird... ...hinter nichts... ...den... ...aber da ist... ...entspannt... ...und locker hier... ...und so ein Mikro... ...schwingend... ...und den Scania... ...hinter uns lassen... ...und wir kommen jetzt... ...wieder in ein neues... ...Bundesland... ...was ist das... ...schöne... ...Raum... ...dann... ...ja... ...der schöne Kernt... ...ja... ...Klanfurt lässt rufe... ...damit die Urkante statt... ...in Kernted... ...so... ...Vorsicht... ...ja... ...und... ...zack da hoch... ...da... 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 ...stark... ...nass uns kalt... ...aber... ...oh... ...vorsicht da... ...ehh... ...Kurve... ...kuck mal... ...wird gefährlich... ...das ist ungefähr der rüber... ...und... ...k... ...nehh... ...da... ...dicht... ...ku... ...was ein Windfähnchen... Das hat man schon noch ein Winkfähnchen und dann das.